Happy New Year! Also ein Birthday. Hast du Geburtstag? Nee, aber in Korea. Kennst du das? Ja. Das ist so gemein. Wenn du in Korea auf die Welt kommst, bist du direkt schon ein Jahr alt. Ja. Weil im Bauch so ein so, ah, ist doch schon, war doch schon ein Jahr alt, ne? Und dann random wirst du einfach zu Silvester nochmal ein Jahr älter, weil wohl irgendwie alle ihr Alter immer so an Silvester quasi ein Jahr aufstocken. Eigentlich viel einfacher und cool, bis man darauf kommt, so, hey, was ist, wenn ich am 31. geboren werde? Dann bin ich eins und einen Tag später bin ich zwei. Ja, dann bist du nach einem Tag alt, bist du einfach zwei Jahre alt. Okay. Frohes Neues. Frohes Neues, genau. Das war das. Ey, Leute, frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Irgendwie so jedes Jahr immer wieder safe. Ja. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Wisst ihr was? Spart euch unseren beschissenen Spruch. Frohes neues Jahr und so. Das reicht jetzt. Das reicht. Yo, was geht, Leute? Mein Name ist äh, äh, ähm, Lee. Du bist ja Lee, deswegen. Carter. Ich bin, äh, Jay Carter. Mein Name ist Aria Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Im Jahr, in dem hoffentlich Sprush Hour 4 gedreht wird. Mhm. Oh. Wird es dieses Jahr gedreht? Äh, äh, I hope so. Na, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe doch. Ich hoffe auch. Ja. Ein weiterer Appell nochmal an alle Menschen, die irgendwie in der Lage wären, uns beide am Set in der Premiere irgendwo im Hotelzimmer mit Jackie Chan und Chris Ducker wo auch immer. Wir sind dabei. Ruft uns an. Unsere E-Mail, Telefonnummer und Fax verlinke ich überall, wo ihr mich findet. Wir müssen dabei sein. Wir müssen auf jeden Fall dabei sein. Das und, äh, eine Sache, die auch noch dieses Jahr rauskommt, wo ich auch unbedingt dabei sein will. Egal in welchem Samar. The Community Movie. Yeah. Wir haben nie darüber geredet. Ja. Stimmt. Also, der ist ja noch nicht draußen. Ich war einfach so, als Ken, als er das gepostet hat, war ich so, das ist doch nicht wahr, oder? Ja. Jetzt einfach. Die halten ihr fucking Versprechen. Aber ich glaube, das ist halt einfach, weil es auf Netflix gekommen ist und dann nochmal so diese Popularität mitgenommen hat. Also, ich meine sogar, aber vielleicht irre ich mich auch, dass es sogar auf Netflix gekommen ist, weil Netflix einen Film machen wollte. Den Film produzieren wollte. oder immer noch produziert. Das tun die trotzdem weiterhin nur, weil es auf Netflix beliebt geworden ist. Genau, genau. Also, äh. Voll geil. Es war einfach so. Warte. For context, falls ihr es nicht wusstet. Community ist einer unserer Lieblingscomedy-Serien. Die Serie primierte erstmalig im Jahre 2009 und hatte insgesamt sechs Staffeln auf verschiedenen Streaming-Anbietern und auch Fernsehsendern. Wurde mal abgesetzt. Wurde wieder ins Leben gerufen und immer wieder gab es den Running Gag. Der wurde in Staffel zwei eingeführt, wenn ich mich nicht irre. Sorry, ich hole jetzt gar mein ganzes Filmwissen raus. Six Seasons and a Movie. Das war so der Gag quasi, dass es von dieser Serie sechs Staffeln geben würde und ein Film. Auffällig, unauffällig versteckte Hinweise darauf. Genau. Also eigentlich ging es ursprünglich um eine andere Serie. Arbeit hat irgendwie über eine, also einer der Charaktere hat über eine andere Serie geredet und ja, dann hat sich das irgendwie darauf übertragen, weil die halt so oft abgesetzt wurde, dass alle immer meinten, nein, Six Seasons and a Movie und die haben es tatsächlich geschafft, Six Seasons zu machen. Wobei es fast gescheitert wäre und eigentlich hätte man sogar fast nicht diese Six Seasons and a Movie sagen können. Ja, ich weiß. Die sechste Staffel wurde einfach produziert von Yahoo. Die Website Yahoo, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die war früher mal, ganz früher mal, dachte man so, ah, die war so ein bisschen in Konkurrenz mit Google und dann so, ja, überhaupt nicht mehr. Die hatten kurze Zeit lang einen eigenen Streaming-Service gestartet und hatten die Rechte an Community und haben eine Staffel produziert, die sogar relativ witzig ist. Es ist meiner Meinung nach nicht die schlechteste Staffel. Ja, da kamen ja auch Dings wieder dazu, Dan Harmon. Ja, genau. Also eigentlich, ich finde die sogar echt nice. Ja, Film wurde aber nie geschafft, bis, wie Ari angesprochen hat, es bei Netflix populär wurde und alle, also nicht alle, aber vor vielen Leuten. Das war doch, weil wir angefangen haben im Podcast darüber zu reden und haben alle auf Netflix, ah, so, ah. Ja, es war unser Belieb. Ich glaube, alle haben auf Netflix dann so Community eingegeben und dann so, hä? Hat Netflix gesehen, so, hä, warum wollen ja alle gucken? Warum gibt es das nicht? Warum gibt es das hier nicht? Ah, keiner hat die Rechte, das, let's go. Ja. Kaufen wir. Aber ich finde das voll krass, halt das, was ich vorhin sagen wollte, ist, wie du einfach heutzutage so, eine Serie kannst du dann so voll lange geben und die ist so an allen untergegangen und du kannst sie jetzt einfach neu launchen und jetzt kannst auch mal die erfolgreichste Serie aller Zeiten theoretisch werden. Theoretisch schon. Und das ist, und das ist, habe ich irgendwie das Gefühl, seitdem es Streaming on Demand gibt in allen Bereichen, Videos, Serien, Filme, Musik vor allem, egal was irgendwann mal untergegangen ist, könnte jederzeit noch so sein, absolut, sein, äh, Mojo finden. Genauso wie Songs, die ja manchmal einfach schon so Jahre alt sind und plötzlich auf TikTok einfach, oh, jetzt ist dieser Song. Ja. Am Start. Oder Menschen, die ein gesamtes Leben durchspielen und am Ende auf einmal Stars werden noch. Ja. So wie Peter and Bass. Ja, ja, voll. Oder auch so ein, also eigentlich voll viele im Cast von Breaking Bad. Eigentlich so Giancarlo Esposito, der Ding spielt, ähm, Gus. Ja. Oder, ähm, der kratzt immer noch. Der, also der ist ja als Gus erst bekannt geworden und hat seitdem so helle Todesrollen noch gekriegt. Ja. Ich habe ihn schon in echt vielen Sachen gesehen. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. In echt vielen Sachen. Ich weiß es immer nicht. Ich weiß es immer so, oh, Gus. Ja, so, oh, er ist wieder da. Er ist einer dieser Rollen, die zwar immer für diese Rolle Todes berühmt sein werden, aber trotzdem ist er zu keinem Prozent irgendwie unpassend oder so in einem anderen. Ja. Nicht, dass andere jetzt unpassend sind, weil sie für irgendwas bekannt sind, sondern manchmal ist es ein bisschen so, Harry Potter bist immer so, Harry Potter. Ja, okay, der ist auch eigentlich in manchen Filmen ganz nice. Ich finde, er hat so langsam hat er das ablegen können. Ja. Daniel Radcliffe. So langsam. Dass Leute sagen, ah, Harry Potter? Also. Ich glaube, der muss einfach die Generation überleben, die so das macht. Stimmt. Stimmt, stimmt. Er braucht eine ewige Jugend. Er braucht das Gefühl, dass Cedric Diggory, ne, Robert Pattinson, war eine Zeit lang so, ah, Twilight, ah, Edward. Mit Batman. Ja. Baddinson. Genau. Und er hat es richtig, also auch abgesehen von Batman, er hat einfach viele Rollen gespielt, wo er so zerrissen hat. Ja. So auch Tenet und, ähm, da war er voll krass in dem Film. Ja, stimmt. Ich glaube, mit den beiden Filmen hat er sich aus meinem Gehirn rausgewaschen als Twilight-Mensch. Worauf würde ich, ach so, Community bringt einen Film raus, die haben das jetzt nochmal vor so ein paar Wochen gesagt, so, ja, kommt offiziell, 2023. Ich weiß nicht, ob die Donald Glover nochmal dazukriegen. Ja, das war auch direkt mein Gedenksk. Also selbst wenn nicht, weil die letzte Staffel ist ohne ihn und die war auch ziemlich witzig, wie gesagt, aber wenn die ihn dazuholen könnten, auch da wieder für Kontext, Donald Glover, einer meiner Lieblings, einfach Leute. Ja. Punkt so, also der, so, der Dude, der kann alles irgendwie. Der ist übertrieben krass und, äh, der ist halt auch in, bei Community, eigentlich die, eigentlich der witzigste Charakter, so. Eigentlich so mit Abstand so. Naja, nicht mit Abstand, sind alle ziemlich witzig, aber er ist auf jeden Fall. Troy und Arvid eigentlich. Sind, sind schon, Bro, aber auch manchmal Ken, äh, also Mr. Chow. Äh, Mr., nee, Mr., äh, Chang. Mr. Chang, ah. Mr. Chow ist ja in Hangover. Heute wird gechankt, keine Ahnung, was hat der noch? Er hat immer seinen Nachnamen einfach als so, Verb oder Adjektiv benutzt manchmal. Mann, ihr habt diesen Scheiß echt verchankt. Gibt's irgendwelche, irgendwelche Filme oder Serien, auf die du dich dieses Jahr krass freust? Russia war viel. Ja. Ansonsten, oh, bruv, aber ich hab gerade überhaupt nicht im Kopf, wann welche Marvel-Sachen rauskommen, weil ich glaub voll viel das, was mich so, worauf ich Todes gehypt bin, kommt auch so erst in einem Jahr oder zwei oder so ein Shit raus. Wann kommt denn zum Beispiel Secret Wars raus? so 3, 2024, 25? Weiß ich nicht. Ich bin nicht auf alle Marvel-Filme, die gerade kommen, gehypt, muss ich ehrlich sagen. Also, ich find, die machen gerade ein bisschen zu viel. Ich hab auch so ein bisschen Hype wegen ein paar Sachen einfach, die rausgekommen sind, die nicht so nice waren, irgendwie so verloren. Aber ich liebe trotzdem das alles. Weißt du, was ich meine? Ich bin bereit, mein Herz wieder zurück erobern zu lassen. Absolut. Es gibt auf jeden Fall ein paar Filme, auf die ich mich gerade sehr freue. Ich müsste ehrlich gesagt nochmal auf die Timeline gucken. Ansonsten hab ich auch gerade keinen Überblick, welche Filme dieses Jahr alles rauskommen. Mein Kopf hat in letzter Zeit in so viel anderem Shit drin gesteckt, dass ich voll viel das gar nicht so abgecheckt hab und gar nicht auf dem neuesten Stand bin. Ja, Das sieht relativ cool aus. Ich halte mich noch in Gewahrsam. Wie heißt das? Bedeckt. Ich halte mich noch bedeckt. Das stimmt ja nicht. Ich weiß noch nicht, wie du dich halten willst. Okay, verstehe. Ich weiß noch nicht genau. Der Trailer sah fresh aus. Sehr fresh. Mal gucken, wie der Film wird. Ich bin auf jeden Fall gehypt drauf. Aber Oppenheimer kommt raus. Das ist der neue Christopher Nolan Film. Ich wusste doch, einen habe ich verjätten. Der sieht, also so viel hat man noch gar nicht gesehen eigentlich. Aber die Besatzung ist halt ultra und es ist halt einfach Christopher Nolan und es wird glaube ich ziemlich krass. Das ist eigentlich immer das, worauf ich den meisten Hype habe. Sowas wie Christopher Nolan Filme. Das ist eigentlich das, wofür ich in erster Linie so im Film brenne. Ja. Und ich liebe auch Superheldenfilme Todes und ich freue mich auch sehr auf die und es gab auch welche, da war ich vor Hype gestorben. Also ich habe Hyperlexie bekommen und musste Hyperventilieren. Hyperventilieren. Infinity War und Endgame und No Way Home. Ey, ganz kurz. Endgame. Spoiler für Endgame, falls ihr Avengers Endgame nicht gesehen haben solltet. Könnt ihr wie lange vorspulen, damit die nicht ganz abhauen müssen? Eine Minute. Okay. Spult sicherheitshalber zwei Minuten vor. Okay. Und Infinity War. Das heißt, falls ihr Infinity War nicht gesehen habt. Und Endgame schon, dann ist sowieso irgendwas falsch. Stimmt, das ist komisch. Ende von Infinity War, werden alle weggesnappt. Ja. Und dann in Endgame killen die doch Thanos. Ja. Also am Anfang schon. Ja. Da gibt es einen Timeskip. Das ist dieses Jahr. Wir sind jetzt da, wo der Timeskip war. Ja. Oh, ah, crazy. Die springen noch fünf Jahre in die Zukunft. Und das jetzt? Das ist jetzt einfach. Und haben die damals da angefangen, wo wir damals waren? Mhm. Also heißt das, der Film ist auch so lange schon her? Ja, der ist fünf Jahre alt. Niemals, Bro. Der ist 2018 rausgekommen. Und Endgame knüpft die an Infinity War an und spielt sich auch, der Anfangspart spielt sich auch 2018 ab noch. Stimmt. Und dann springen die fünf Jahre in die crazy shit. Und das ist jetzt. Also, weißt du noch wo, da plötzlich stand fünf Jahre später und alle so, Ja. Bis jetzt. Weißt du, wie schlimm das ist? Todes. Weil vor allem auch, in diesem Film, okay, sorry, Spoiler für alle Marvel-Filme anscheinend. Für welchen? In Far From Home. In Far From Home geht es doch auch darum, dass so nach dem Snap alle wiedergekommen sind. Ja. Und das war ja fünf Jahre später alles. Und da war es doch so, dass so Peter so richtig verwundert war, dass so MJ war doch plötzlich mit so einem Dude, hatte sie doch zu tun, der einfach fünf Jahre gealtert ist und der war so früher 13 und jetzt ist er plötzlich so alt wie sie. Das bedeutet, Leute, die 13 waren, als wir Infinity War geguckt haben, sind jetzt 18. Stimmt. Das ist crazy. Das ist voll lange her. Das Tod ist lange her. Ich dachte, das wäre nicht. Ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre so vor zwei Jahren. Ja. Aber das kann gar nicht sein, weil wir haben das nicht in der Pandemie geguckt. Nee. Ich dachte auch, es wäre vor zwei Jahren. Ist das alles eine Vorhersage gewesen, die einfach eingetroffen ist, in so leicht anders? Nee. Weil es ist ganz anders. Aber wir waren auch so drei Jahre... Verschwunden. ...waren weg. Und dann so... Voll viele von uns mussten sich auch leider verabschieden, so durch diesen Snap. Aber die wurden nicht alle zurückgeholt dann. Das ist der Unterschied. Ja. Nochmal zurück. Also klar, es gibt auch solche Filme. Ich liebe auch immer mal wieder Blockbuster. Ich muss auch sagen, es gibt natürlich Blockbuster. Und ich weiß immer nicht, ich weiß nicht, ob es zutreffend ist, wenn man sagt, jetzt ist es immer schlimmer geworden. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer schlimmer geworden ist. Es gibt halt immer wieder so mehr hochbudgetierte, dahingeschissene Filme. Ja. Mach doch meinetwegen dahingeschissene Filme, aber nimm doch nicht so viel Budget dafür. Hab doch ein bisschen put some respect on the money's name. Das Ding ist, wenn die Filme halt Geld verdienen wieder, dann war es halt eine schlaue Investition trotzdem. Und wir sind im Endeffekt die Dummen, weil wir müssen die ja nicht gucken. Genau, einfach den nicht gucken. Ja, ich gucke die ja nicht. Dann ist ja alles okay wieder. Nee, ist nicht alles okay. Ah. Weil die nehmen anderen Filmen den Platz weg. Also es wird ja nur eine bestimmte, also sowohl von wie viele Filme können im Kino laufen, zu auf wie viele Filme können Aufmerksamkeit überhaupt liegen, zu wie viele Filme können dann begrenzte Produkte, also es haben ja nur begrenzt viele Menschen so viel Geld. Ja. Begrenzt viele Studios haben so viel Geld. Das heißt, für die Drecksfilme, die so viel Geld verprassen, geht immer wieder ein krasser Film weg, der gut hätte gemacht werden können. Ja, okay, das stimmt. Und du kannst ja dieses Konzept nehmen und es wenigstens ein bisschen besser machen, selbst wenn es jetzt kein Star Wars Inception, keine Ahnung, aber es kann ja wenigstens ein bisschen besser werden. und ich habe das Gefühl, dass Filme immer mehr einfach nur noch zwei, drei Namen reinwerfen, die Leute reinziehen und lasst den Praktikanten die Story schreiben und der Onkel macht die Kamera. Weißt du, was das Ding ist aber? Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das ist ja nicht der Fall. Es ist ja nicht so, dass der Praktikant das schreibt, weißt du, was ich meine? Und es ist ja nicht der Fall, dass der Onkel Kamera macht, sondern da werden ja wirklich Leute engagiert. Also in Hollywood ist, jetzt, ich tue so, als wäre ich da drin, aber das dringt schon nach außen durch, dass da auch sehr viel Vettern wirtschaft. Absolut. Also sowas gibt es in jeder Branche, by the way. Oder in sehr vielen. Aber, also das wird existieren. Aber ich meine bloß so, es ist jetzt nicht so, dass so, hey, wir geben 500 Milliarden, wow, das ist ein bisschen viel. Was willst du produzieren? Ich habe aus Versehen Milliarden statt Millionen gesagt. Wir geben 500 Millionen oder meinetwegen 100 Millionen für diesen Film aus. Lass mal den, lass mal meinen Bruder holen, der noch nie was gemacht hat. Ich glaube, also ich glaube schon, dass man zumindest Leute holt, weil, wie gesagt, es ist ja eine Investition. Ich glaube dir, aber ich habe oftmals keine andere Erklärung als das. Genau, und ich habe eine Erklärung. Was ich nämlich glaube ist, und das ist leider einfach so, gute Filme machen ist voll schwer. Ist es auch. Ich glaube, richtig viele gute Leute können zusammenkommen und die sind alle talentiert und der Film wird trotzdem nicht gut. Überleg mal, was für Filme es gibt. Und was für gute Filme es gibt. Es gibt so viele gute Filme, die, warte, du kennst doch diese Filme, wo du die guckst und denkst, wie soll man das übertreffen? Die sind, das ist viel zu krass. Und das ist der neue Standard, an den wir uns alle gewöhnt haben. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass oft einfach so, kennst du es nicht, voll viele Filme sind so technisch richtig gut gemacht und so Schauspiel ist auch richtig gut und so richtig viele Aspekte, wo du klar im Vorhinein wusstest, dass du diese Quali erhalten wirst, weil du Geld dafür ausgibst, wird eingehalten, aber der Film ist einfach nicht gut. Ich bin der Meinung, das stimmt nicht, weil, also nein, warte, du hast recht. Du hast recht mit, Filme machen ist extrem schwer. Damit hast du absolut recht. Und wir werden nicht Leute wie Sand am Meer finden, die heftige Filme machen werden. Aber ich kenne doch Menschen, die machen krasse Filme. Also ich bin der Meinung, die nehmen nicht die richtigen Leute. Glaubst du? Glaubst du? Ich glaube, häufig nehmen die nicht die richtigen Leute. Und wirklich das größte Fragezeichen auf meinem Kopf ist echt DC. Das verstehe ich nicht, wie man es so konsequent schafft, Sachen in den Sand zu setzen. Na, die haben es doch jetzt, also hast du nicht mitbekommen, was die gerade machen? Henry Cavill rauskicken? Alle? Alle rauskicken, ja. Alle? Das ist niemand mehr. Also außer, zum Glück, außer The Batman, der Neue. Ja. Und ich meine, Shazam haben die nicht gekickt. Und Joker? Also alles, was in dieses Universum. Ja, DC Extended Universe. Genau. Also DCU haben die aber komplett gekickt. Mit Ausnahme von Shazam. Ich meine, Shazam haben die noch nicht gekickt. Verstehe. Was ja eigentlich auch teils DCUs. Da weiß ich nicht genau, was da der Fall ist. Wegen Serac. Also The Rock ist auch raus wieder, ne? Auch ganz raus? Ja. Also Black Adam ist durch. Das wurde so überkrass angesagt, so, oh, und dann, ach so, ja. Ne, nicht irgendwie. Das muss doch schon fast ein Marvel-Spion bei DC sein, der alles die ganze Zeit absichtlich sabotiert. Also, wie kannst du denn so viele Filme hintereinander so schlecht machen und so verkackt? Aber dann wiederum, wie kann denn Marvel so viele Filme hintereinander gut machen? Klar, jetzt haben die auch mittlerweile ein bisschen, aber das ist auch ein bisschen, weil die überambitioniert wurden, bin ich der Meinung. Und warum ich der Meinung bin, dass das nicht stimmt, was du vorhin meintest, also ein Teil davon, also dieser Filmemachen ist extrem schwer, stimmt, aber weil es extrem viele Filme gibt, wo die Storyline und die Dialoge alleine schon sind viel mehr als basic. Ich weigere mich zu glauben, dass diese Leute nicht genug Leute kennen, die ein etwas besseres Skript hätten schreiben können und etwas bessere Dialoge. Aber anscheinend ja nicht. Ich kann mir das echt dann nicht vorstellen. Ich würde es mir auch nicht so vorstellen. Nehmen wir mal das Beispiel DC wieder, was du gerade genannt hast. Es ist ja Unmengen an Milliarden, die in Sand gesetzt werden, dadurch, dass deren Cinematic Universe nicht mit dem Marvel Cinematic Universe mithalten kann. Ja. Ich bin der Meinung, aber mein Cousin würde doch gern, es ist so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, ich glaube, ich glaube, die würden so alles dran legen, die Besten der Besten der Besten und so, wir kriegen 10 Batman Filmskripte geschickt von den Allerbesten, wir haben die alle bezahlt und wir haben nochmal, also weißt du, wie ich meine, Experten und Experten, man würde doch so, also ich bin auch der Meinung, die tun das und oft ist es doch so, ja, Script ist immer noch in Arbeit, Script ist immer noch in Arbeit. Ich bin der Meinung, das wird gemacht. Das glaube ich aber auch jetzt nicht im Falle DC, wo so extrem viel Geld im Spiel ist. Es gibt Filme, die wirken nicht mal so, als hätte man versucht. Absolut. Ich kenne auch dieses Feeling, aber ich, das ergibt für mich keinen Sinn, weil entweder, da sind Leute am Werk, die keine Ahnung haben, die wirklich kein, also einfach nicht wissen, was die tun, was ich mir nicht vorstellen kann oder es gibt Leuten, denen es egal ist und zumindest aus der finanziellen Sicht, also weil selbst Leuten, denen es egal ist, was der Inhalt ist, wollen ja Geld verdienen und man muss doch gemerkt haben inzwischen, dass so es viel mehr, es viel lukrativer ist, einen guten Film zu machen. Ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Wer produziert denn einen Film? In der Regel, oder wer kann denn einen Film produzieren? Eine Person, die Geld hat. Ja, oder ein Studio. Ja. Wer ist oftmals, der dafür sorgt, dass ein Film gut wird? Oder die, die dafür sorgen, dass ein Film gut wird? Das sind mehrere Leute, aber die Crew, also Regisseur und Crew. Aber sagen wir mal jetzt zwei Leute erst mal. Regisseur und Writer wahrscheinlich. Ja. Dann noch natürlich Schauspieler und extrem viele weitere Leute kommen noch dazu, um daraus ein gutes Ding zu machen. Ja. Aber das sind ja schon mal zwei Key. Und Executive Producer eventuell. Ja. Ja. Was ich zumindest nicht in diesem großen Maßstab erlebt habe. Deswegen ist das jetzt nur eine Vermutung, weil ich keine Ahnung habe, wie es da wirklich läuft. Alles, was ich über Hollywood und sowas erfahren kann, ist Videos, Dokus und hast nicht gesehen, Interviews, aber wer weiß schon, was davon stimmt und was davon wirklich rauskommt. Was ich aber aus anderen Bereichen außerhalb Hollywoods kenne, ist, es gibt Leute, die Geld haben, warum auch immer deren Motivation das ist. Also für manche ist das, manche sind Businessleute. Die kommen rein und das ist für die eine reine Investition. Ja. Und die kommen aber rein, die haben keine Ahnung von Film, aber die packen scheiß viel Geld rein, also wollen die manchmal so ihren Senf mit reinkneten. Mhm. Und sein Wort steht stets über dem des Regisseurs. Ja. Weil er bringt das Geld rein. Regisseur muss sich leider beugen und sagen, okay, machen wir oder halt ich bin raus. Das ist voll der Bullshit, den du hier verzapfst. Ich glaube, das könnte vielleicht noch so ein Ding sein. Weil dieser Typ braucht nur das Geld zu haben und der könnte alle Leute gatheren. Wenn er genug Geld hat, kann er auch The Rock rein theoretisch klären. Wobei der sich vielleicht gedanken würde, okay, mein Ruf. Aber wir haben schon oft genug Leute gesehen, die zu was auch immer gegangen sind. Ja. Ich habe auch teilweise hier und da schon durch direkten Kontakt von Schauspielern und sowas, die einfach von teilweise No-Name-Produzenten oder sowas dazu gezogen wurden. Ja, weil das Geld gestimmt hat, meinst du? Ja. Und ich habe tatsächlich einmal so wirklich diesen Fall gehabt durch jemanden, gesehen, dass jemand, der absolut kein, nichts mit Filmen zu tun hatte, hat aber richtig viel Geld gehabt und wollte unbedingt einen Film produzieren. Und das war eine Katastrophe. Das könnte vielleicht ein Ding sein. Okay, du sagst quasi, dass es immer wieder Produzenten geben kann. Und weil die Produzenten mit Sachen entscheiden? Weil die eigentlich das allerletzte Wort haben. Die haben eigentlich über alles die Entscheidungskraft. Solange die Leute nicht sagen, ey, weißt du was, ich arbeite doch an so einem Scheiß nicht mit, nur weil du mir Geld gibst, hau ich ab. Solange das die Leute nicht machen, wird der Film weitergedreht. Und wenn das Einzelne machen, dann werden die Einzelnen ersetzt. Das heißt, der Film entsteht trotzdem. Aber es ist doch, also, das kann ja sehr gut sein. Ich würde mir nur denken, das ist doch voll unschlau von denen. Ist es ja auch, aber der Typ, der keine Ahnung hat, checkt ja nicht, was der macht. Ich glaube, der Grund, warum das für mich so schwer zu glauben ist, ist das, und ich sage nicht, dass das nicht stimmt, das klingt sogar, das klingt sogar so, als ob das leider die Wahrheit sein könnte. Aber warum das für mich immer so schwer nachzuvollziehen ist oder zu glauben ist, ist, dass er sich selbst ins Bein schießt. Weil du Logik besitzt. Genau. Darüber verfügt nicht jeder. Aber ich würde, ja okay, das wahrscheinlich stimmt nicht, aber ich würde denken, dass jemand, der in so einer hohen Position ist und durch Investitionen, durch Smart-Investitionen an diese Position gekommen ist, versteht, also Logik besitzt, ja. oder ich habe das ganze Game falsch raus, oder es ist vielleicht sogar lukrativer, schlechte Filme zu machen, kann ja sogar sein, weiß ich nicht. Ich würde denken, nein. Also ich würde denken, dass du das gleiche Geld nutzen kannst, also wirklich das gleiche Geld in gescheite Leute und dann machst du einen guten Film draus und dann, oh, der verdient mehr Geld, logischerweise. Ich glaube, das andere hat eventuell halt auch einen Markt tatsächlich, also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass auch schlechte Filme gebraucht werden tatsächlich, so zumindest inhaltlich nicht überfordernd, aber ja, eigentlich würde man ja versuchen, irgendwie seine Investitionen zu maximieren, aber nur, weil jemand auf eine bestimmte Art und Weise schlau ist, heißt nicht, dass diese Person in anderen Bereichen auch schlau ist. Das stimmt auf jeden Fall. Weil es gibt ja verschiedene Arten von Intelligenz, du kannst auf verschiedene Art und Weise intelligent sein. Ja. Ich glaube, manchmal kann man vielleicht so die fälschliche Annahme machen. Okay, das könnte echt sein. Ich denke, es ist trotzdem so, dass viele gute Leute zusammenkommen können und ein Produkt machen können, was dann nicht zwingend überragend wird. Also, weil ich habe jetzt öfters schon Filme gesehen, wo nur gute Leute dran arbeiten und ja, es könnte natürlich sein, wie du meintest, dass der Produzent irgendwie dran war, aber wo ich denken würde, man würde da schon ein gescheites Produkt machen, weil ich glaube, meistens, was da passiert ist, die Filme werden okay. So, die werden, also, was ich meine, so, ist jetzt nicht so, dass die so, oh mein Gott, so, aber, aber es ist halt einfach so, nichts, wo du so deine Mom anrufen würdest, um ihr zu sagen, was du gerade gesehen hast. Mama! Ey, du weißt, wie ich gerade gesehen habe, du musst ja ohne die gucken. Leute, was sind denn eure Theorien? Was denkt ihr, was steckt hinter diesem Ganzen? Und vor allem, auf welche Filme freut ihr euch dieses Jahr? Was sollten wir uns dieses Jahr auf jeden Fall reinziehen? Schnell auf der dritte Film. Stimmt. Der neue Barbie-Film. Bro, der Trailer sah gar nicht so schlecht aus. Echt? Ja. Okay, muss ich mir mal reinziehen. Ja, ich fand schon. Ey Leute, folgt uns sehr gerne auf Instagram, at j samuels, hallo, at aria lee, at j und aria gibt es auch noch. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, how do you reason? Peace'n und good night, San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco.